Er ist nie so wie das. Ganz, ganz, ganz im Süden der Map, also ganz, 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 ganz weit unten, richtig. Hier sind wir, aber wenn ich ehrlich bin, das Borders Field, das könnt ihr nicht übersehen. Ich habe mich hier einfach mal ganz gut geparkt, wo man das Ganze relativ gut sehen kann. Und dann geht es hier auch schon rein. Und hier müssen wir jetzt einen Home Run starten. Ich denke mal, auch als Deutscher weiß man, was ein Home Run ist. Allerdings ist es nicht so, dass wir hier einen Ball zugespielt bekommen, sondern direkt einfach loslaufen können. Und zwar über Plate Nr. 1 zu Plate Nr. 2 zu Plate Nr. 3. Ich glaube, es heißt Plate, also mein Basketball ist schon ewig her. Aber da ist es Home Run, so easy peasy ist es. Ist auch wurscht, ob ihr das Ganze macht mit Miles oder mit Peter. Einfach einmal alle drei Bases ablaufen. Und die Home Run Trophäe mit nach Hause nehmen. Das war es bereits. Ich hoffe, das kleine Quick und Dirty Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr natürlich mit Locker aktiv weiter kein neues Video. Eine ganze Menge Spider-Man 2 Content werde ich euch natürlich hier noch auf dem Kanal bieten. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich sage bis zum nächsten Mal.